Ja, da ist mir die Aufnahme gerade abgekackt, keine Ahnung warum. Egal. Geisel beschützen, endlich, Puls. Meiner. Enthaltung. Ich enthalte mich dieser Wahl. Okay, die anderen haben nicht so gutes Internet. Kontaktgranate, okay, Nitro-Handy, mobiler Schild, wenigstens einer hat's dabei. Ah, da war nichts bei mir. Barrikaden. Ich mock meine Barrikaden. Nö, ihr kommt hier nicht, nein. Ja, das Schöne ist, wenn man einen Sensor hat, der Herzschläge anzeigen kann. Nein. Noch kein Sichtkontakt. Hm, wieso hat mir, wird mir nichts angezeigt? Wo seid ihr, Schweine? Oh, ich sollte mal wirklich Treffen üben. Tschüss. Verstärken könnte ich eigentlich noch. Nein, da lohnt sich nicht. Nein, da lohnt sich. 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 Ui Ui Sag mal Jeder wird schon mit Schrot vollgepumpt Aber geduldig müsste er ja auch sein Wenn die anderen Wände kaputt machen dürfen Dann darf ich sie wohl auch So Entdeckung Kaboom Ich glaube, die anderen Wände kaputt machen kann ich das Ich glaube, ich habe es nicht so weit Ich glaube, ich bin einige 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 daneben 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 es ist gott erwischt hier unten schon mal nichts denke ich das ist ich jetzt ich es 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 Vielen Dank. 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 Ich bin ja ein Franzose. Bombe entschärfen. Ja, Angriff. Oh, hätte ich als eh kein Fuse bekommen. Ich muss noch laden? Nee, doch nicht wirklich. Oh, hey, crazy strike. Mike, du hast ein schlechtes Internet. Oder einen sehr hohen Ping. Oder beides. Brummts. Oh, Schutzmasken. Wie ich es hasse. Man hat so schlechte Sicht. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dass ich da jetzt nicht reinfallen. Wo kam der Beschuss her? Ich bin ja auch. Wo kam der Beschuss her? Und drunter fallen fallen. Und drunter fallen fallen. Und drunter fallen fallen. Nein, ich Idiot. So, verballer nochmal dein ganzes Magazin. Bitte an mir. Tisch. Voll in die Fresse. Ich mock das nicht, wenn mir jemand ins Gesicht schießt. Schnell abseilen, das ist wichtig. Wer von uns hat denn den Entschärfer? Ich sehe nicht das Geringste. Holy Jesus. Dieser Raum ist ja voll auf mit Nitro-Handys. Da gehe ich lieber nicht rein. Schnell zu den Kameraden. Ah. Dusch. Dusch. Ah, scheiße. Kommt, helft mir einer dem Montag. Tisch hoch. Ah, Mann. Was für Idioten eh. Hätten sie mir früher geholfen, hochzukommen, dann hätte ich auch mal helfen können. Also, ihr seid echt Noobs, ganz ehrlich. Match erneut versuchen. Das schaffen wir jetzt, ihr Noobs. Nein, die können mich übrigens nicht gehören. Ansehen gewinnen, null. Ja, ich weiß. Bei solchen Noobs wundert mich das auch nicht. Hoffentlich jetzt nicht mehr mit diesem gelben Zeug. Diesmal nehme ich den Fuse. Ja, wenn es die anderen nicht können, dann muss ich es eben können. Ah, wieder dieses gelbe Zeug. Oh, bin ich froh, dass ich meinen Kumpel nicht gemessert habe. Also, mein Kumpadre, mein Teammate. Oh, mein Kumpadre, mein Kumpel. Nicht das geringste. Mann, ey. Ich verfehle mich nur ganz knapp immer. Oh Mann Ah Angriff Selbst eben wenn sie es nicht sehen Wissen die Russen was sie mit ihrem MG tun Nein nicht schon wieder so ein blöder Bomber Terrorist Die Terroristen hat als Bomber Weil sie sich selbst in die Luft jagen Wo ist der Ja nicht in meiner Nähe Verdammt Wo ist denn hier die Treppe hoch Ich sehe hier nichts Da ist er Ich hasse es wenn ich hier nichts sehe Ich lade lieber nach 39 Schuss sind zu wenig Weg mir die Stacheldraht Ja den Entschärfer kann man auch platzieren Übrigens Junge Stacheldraht 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 So kommt doch her So kommt doch her Hoho 340 Punkte in halb Sekunden Wo ist das geil Ich kann sie nur Ahnen Ich kann sie nur ich kann sie nur Ich kann sie nur Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ah, mit diesem Noobsmill kann ich echt nicht zocken. Ihr habt gesehen, ich habe alleine das getan, was ich konnte. Vermisst. Noobs, tschüss. Versucht eine Runde noch, versucht mal einmal ein gutes Video zu machen und dann was passiert, kriegst du nur die schlechten als Team. Oh, nicht schon wieder die Map und ich werde das wieder dieses gelbe Zeug drauf. Ich gehe mal mit der Pistole in den Kampf, hat nämlich mehr Munition. Das ist besser für mich. Mhm. Mhm. Ja. 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 orientieren in das schild in die fresse wirklich was sehen tue ich ehrlich gesagt nicht eliminierung assistent oh shit ein bomber ich habe ihn doch gehauen tisch ich ja well that was a bad idea i think sehr vorsichtig sein müssen und 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 Where the last bomb was? Alright Down there, back where you are Down there Well, I found enemies, but not a bomb I can hear the bomb, but I don't know where it is Found it! Thank you My mother Montaña, just stand in the corner with the bomb Montaña, just stand in the corner with the bomb the shield fully extended, and givered it out You're the desk You're the desk, alright Stay on, stand on the bomb, Montaña Was ist das? Na, das war nämlich doch mal eine Runde. Na dann, verabschiede ich mich. Ich bin auf Platz 2 und wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht es gut und passt auf euch auf.